Okay Da ist direkt ein Wachmann Alter, ich würde den am liebsten direkt umknallen Aber da ist ein Zivilist So, was war er jetzt? Hui! Ohne Mais Ich hab letztens vergessen Hey Control, da war ein Zivilist in meinem Schuh Und dann... Das ist eine lange Geschichte Genau Oh mein Arsch, mein Arsch So, ersten Wachmann haben wir schon Easy Perfekt Oh, ich muss frutzen Geil Hä? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Na, was? Na, was ist das? Na, was ist das? Super Ich bin, da Ich bin, da Ich bin, da Ich bin, da Oh, shit Mann, von allen Seiten kommen sie. Oh Mann. Ja, okay. Komm, die bestellen jetzt. Oh Gott, ich komme. Ich habe schon drei Geißen und zwei Wachmänner, Alter. LOL. Hier müssen wir ja kommen. Da liegen noch zwei Geißeln, Alter, ich brauche Hilfe. Okay. Da liegt noch eine Geißel, Alter, ich nehme die mit. Alle aufs Dach. Komm rein. Aufs Dach. Alle aufs Dach. Da liegt noch einer. Ich weiß nicht, ob das zählt, wenn er seinen Kopf rausschaut. On me. Komm mal mehr. Oh, YumYum, sag ich mal. Komm, YumYum hätte ich Bock. Wo ist der zweite Leichensack? YumYum wäre krass. Weiß nicht, ähm. Hallo. Alter, deine Fresser. Scheiß Geißel. Der liegt hier. Alter, muss ich da schnell reagieren, ey. Kommt die ganze Zeit Wachmänner und Geißeln, ey. Da ist Geißel. Dann geh weg. Lass ihn nicht sehen. Mann, was zieht der denn? Brüll den an. Ich hab jetzt drei Wachmänner gekillt. Ich kann jetzt keinen Pager mehr beantworten, ne? Ja, ich komm sofort zu dir. Die anderen, wenn da noch welche sind, müsst ihr die machen. Hey, yo, komm aufs Dach, gell? Ja. Ja, ich bin hier. Da kam nämlich gerade ein Wachmann an. Ich hoffe, die da oben sieht keiner, ey. Das selbe Mission. Follow me, follow me, follow me. Ja, ja. Schwer halt wieder. Ich glaube, ich habe das gar kein Wachmann mehr übrig, außer der, da, wo wir gerade aufbauen. Äh, aufbauen. Ich glaube, ich habe das schon alle fertig. Perfekt. Ich habe übrigens jetzt auch bei meinen Bohrern, äh, 15% weniger, ähm, dass das 15% weniger dauert, also von der Zeit, bis die fertig sind. Ah, ich vorhin geskillt, ja. Oh. Ich habe jetzt mal umgelegt, die Geiseln und die Säcke. Geh weg. Okay, einen Loot noch. Das sind zwei Leute. Die müssen, wenn wir nachher auf... Ah, guck mal da, der wieder der dreckige Kamera-Bastard. Der macht Schenk dann, oder selbst mir egal. Wo? Ja, siehst du doch noch. Mal sehen, da. Ja. Ist da noch einen rum? Dreck rechts. Links ist der Tresor, ne, links ist der Tresor wieder. Ist das, äh, Zivil oder, ähm... Wachmann. Wenn es die Tür aufgeht, meinst du? Ja, dann einer von euch macht den. Ich fick den. Ja, ne, ich mach schon. Nein, ne, ich mach schon. Halt deine Pütze, komm. Ja, zu mir den Lüffeln, dann... Oh, lass mir landen werden. Digga, ich hab grad drücken, ja, fast ausgespuckt. Ich spür's dir. Nein, hör bitte. Lass mich stoppen. Du bist dich mal. Oh, schluck. Ich hol schon mal den Drill. Ja, wir können das nicht machen, weil da zwei Leute sind. Die müssen wir dann erst nachher anschreien. Go. Nicht unterbrechen. Ja, ich mach, wir machen zusammen. Ähm, wo sollen wir den Penner hin? Der kann da drinbleiben, bro. Hier, zack, einfach da rein, ja. Ja, also, äh, drei Stück zivil. Ähm, wie machen wir das? Linken, da, 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 da. Wollen wir die einfach wieder in Ruhe lassen, oder? Bruder, da sind, da sind direkt drei Stück zivil, äh, da. Fünf insgesamt. Zwei, drei, vier. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dran vorbeispringen können, ohne dass die uns sehen. Ich glaub nicht. Ich glaub, wir fehlen, äh. Nehmen die fest, bro, oder? Glaub schon. Wir haben nicht genug, haben wir genug Seile? Eins, zwei, ja, ne? Ja, 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 ja. Okay, dann go. Oh, den verkaufst du noch mal am Gesinn. Alle runter, alle runter, alle runter, alle runter, alle runter. Da hab ich. Hä? Wie viele Leute? Alle runter, alle runter. Boah, Junge. Hinter dem Tresen sind auch noch zwei, da muss ich schnell Dings. Schnell auf, äh, mach du auf, mach du auf. Oder ich, ich, ich mach auf. Mach, 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 mach. Da ist noch ein Fragezeichen, wo ist der? Wo ist der der? Haltet die unter Kontrolle. Ja. Habt ihr die hinten festgenommen, weil die könnten auch wieder. Die wir als erstes angeschrien haben. Ja, ja. Ich schrei die in allen Tresen an, weil, ja, jetzt. Ja, mir sind die beiden hier wichtig. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt müssen, aber können wir. Ja, komm. Everybody, don't move it. Down on the ground. Was ist denn da ständig für ein Fragezeichen, Mann? Stay where you are. Be still. Stay where you are. Follow me. So. Komm noch rein, ihr Fotzen. Follow me. Ja, dann halt nicht. Bleib hier. Stay down or it's game over for you. On the ground. You've only got one life in this game. So stay where you are. Come on. Follow me. Get down. And stay down. Yeah, stay right where you are. Follow me. Come on. Follow me. What I said. Stay low. And stay where you are. Das ist Kabelbinder noch. Ich hab keinen mehr. Follow you down. Hier. Everybody don't move. Nimm den Penner her. Just relax and stay foot. Down on your face. Follow you down. Wir müssen die halt unter Kontrolle haben, ne? Follow me. Die können halt jederzeit aufstehen, wenn sie wollen. Follow me. Hey, you. Get moving. Get down. Follow me. Hey, you. Move it. Das Ding ist, ich will kein Risiko eingehen. Lass die beiden killen, die hier vorne liegen. Ja, wir brauchen echt... Ja, besser, besser, ja. Weg, 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 weg. Komm mit mir. Auf mich. Will kein Risiko eingehen. Alle da rein, Läger. Ich scheiße, ich scheiße auf das Geld. Hey, you. Get moving. Lass sie doch hier liegen. Das sieht doch keiner. Es geht nur darum, dass die vom Eingang nicht gesehen werden, weißt du? Weil da rennen die dran vorbei. Hey, you. Get moving. Komm. Down. Nimm mal einer bitte die Leiche hier. Ja, ich hab keinen Sack, verdammt. Ich hab Ding vergessen. Das ist im Leichensack-Koffer. Hat jemand? Auf dem Dach liegt er. Ah. Ja, komm. Ich kann es selbst nehmen. Kannst du die Leiche da vorne nehmen? Hast du noch? Ja, ja. Hier. Hier hinten. Am Eingang. So? Ja. Eingang, seitdem. Wo renntst du hin? Ja, hier. Eingang. Eingang. Von der Bank. Oh, so. Follow me. Come on. Hier links liegt die. What are here? Come on. ZF hier, am Eingang. Follow me. Follow me. Da liegt die. Da ja, da liegt sie. Follow me. Follow me. drin schlafen die leiche bitte hier ich habe ja schon kapaschen hauptsache keiner sieht die kinos bis jetzt ja wir haben alles unter wir haben alles unter kontrolle liegt noch kohle hier liegt noch geld ja da habe ich doch die reingeskosten direkt wieder drin einander scheiß auf die Ihr Wichsale Euer Geld gehört mir Ihr werdet alle flässig arbeiten für mich und ich hol mir noch den Bonus Unsere Bank arm Echt so, Alter? Wenn das ein Relapse so einfach wäre Wird direkt machen Wer hat dann ein Glas eingeschlagen? Ich, Bro Okay, ich dachte schon Dings draußen, dass es irgendwer sieht Nein Okay Alter, scheppert das so Ich hab erst Test gemacht, aber sieht alles perfekt aus Digga, wir haben 14 Geiseln, Alter, häng mir am Arsch Schwester, die sollen herkommen, ich will handeln Die sollen 50.000 pro Geisel geben Läuft doch gut Ich glaub, dann können wir Ball Dings sehr schwer probieren, Bankraub Safe Haben wir das noch nicht freigeschaltet, oder was? Klar, wir könnten auch schon die höchste Schwierigkeit machen, wenn wir wollen Ja, das geht easy Eigentlich Denk ich mal Was soll denn daran schwer sein, die Geiseln festzunehmen und diese Pisser zu erschießen Ich weiß nicht, Bro Ja, die Bullen sind damit wahrscheinlich gemeint Ja, die Bullen sind damit gemeint, aber die Bullen kommen ja eh nicht Wahrscheinlich, wenn wir das gut hinbekommen Kann sein, weiß ich nicht Ich kenn die Ansteigerungen nicht Bei den Schwierigkeiten denken Oder mehr Leute zum töten Es kommt ja keiner in die Bank rein Kann sein, dass es dann bei den höheren Schwierigkeiten so ist, dass die auch in die Bank reinkommen Ja, ja Nee, ich... Nee, diese Woche hab ich keine Schließfächer, sag ich dir, das ist gar kein Bock Wenn wir alle zu dritt machen, ist das auch besser Ey, Klota, mach doch so lange, bitte doch zu zweit Ich bin doch elf, alter nicht Du hast nur nur ein Leben in diesem Spiel, so steig runter Du bist nur ein Gesicht, oh nein Du machst nur ein Gesicht, oh nein Du hast nur nur ein Leben in diesem Spiel, so steig runter Bitte put all your Applications Du hast nur ein Leben in diesem Spiel, so steig runter Und du bist okay ich würde mich interessieren wo man den schlüsselbund herkriegt der auch hier abgebildet ist er ist der größer dieser raum hier ja weil ding ich glaube schließe hier die rechts waren sind jetzt links deswegen sieht das groß aus weil ich sagte ehrlich kein lust wenn du willst kannst du machen wir haben unendlich zeit aber ich habe keine lust auf nummer schließfächer gerade jetzt steht Stay down! Ich weiß nicht wie das genau ist, weil er sagt, eat that dirt. Wenn du so F drückst, eat that dirt. Oh mein Gott, Erde. Friss die Erde. Das kann sogar der sein. Mal weiter. Geh mal hin, mach mal. Ich meine, es wäre der gewesen. Ich meine, es wäre der gewesen. Ja. Ah, eat that dirt. Ah, ja, ja. Eat that dirt. Ja. Eat that dirt. Ich hab das Gold. Zivi. Okay. Eat that dirt. Deuce. Oh yeah. Was? Hä? Hä? 143.000. Wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr denn reingelegt? Gold? Gold? Ah. Oha. Baba Junge. Ja, Cink, viel Spaß. Was? Hehehe. Eat that dirt. Man kann auch skillen, dass man mehr Geld kriegt von den Sachen. Das müssen wir auch irgendwann mal machen. Tüch, Alter. Was gibt's alles? Viel, Bruder. Viel zu viel. Besser so. No phones. No funny stuff. Eat that dirt. Eat that dirt. Hehehe. Kann türkisch sein so. A dirt. Bisschen. 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 Alter tschüss, Digga. 143.000 pro Goldsack. Ach du heilige. Auf schwer, Digga, dieser Unterschied. Einfach doppelte. Und dann noch sehr schwer, oh mein Gott. Ja, es gibt noch, es gibt sehr schwer, es gibt Overkill und Chaos. Auch noch? Ja. Overkill und Chaos, Digga, das ist... krank, einfach krank. Wenn da die Bullen kommen, Digga, brauchst dich gar nicht zeigen, Alter. Ja, sowieso nicht. Da kommen wir auch fast nur Juggernauts, glaub ich. Äh. Ja gut, das kannst du machen, wenn du halt deinen Charakter hochgeskillt hast, auf jeden Fall. Ja klar, wenn du alles hoch hast, Digga, du musst mal den ganzen Bomben da durchlesen, was man alles skillen kann. Das ist brutal, was du da alles dazu kriegst. Ja, deswegen wird das kein Problem sein am Ende des Tages. Ich muss mich aber doch unbedingt mal schlau machen, wie das mit der Säge funktioniert. Ja, das wär nice. Ja, das ist echt... Dieses... Scheiß... Schraubenzieher gedrückte hier. Ne, Mann. Na, ich geh mal aufs Klo währenddessen. Ja, dann einkắng... Ja, dann Caro, nicht mehr als Klo. ...айgern experiencingיפter ein Prinzip gefehltoooo- ... crowd officerter TIWEH, ss Chu mudar danach mit identifying ähnung. Hey, Baby! Uff, ja! Ist er der? Ja, Hunger gibt es was anderes bei den Fahnen, was gehört denn? Alter, keine Ahnung! Weckdolz wäre geil, oder? Weißen jeden! Debel? Debel? Keine Ahnung Schaut immer an meinen Augen Doch, ähm, mit du es warst Oder magst du den Pizza Joker? Nicht? Ok, Lulus Müde bisschen Nö, nicht schon Ich meine, die Hand tut weh Schindling Nach dem Essen Nö Ich will mich jetzt schon schlappen, kein gutes Zeichen Hm Ich hab zwei Stunden noch unter mich tot Egal, schlafen und dann Strich färmen und fertig Easy Du Juno Jumium mal bisschen früher kommt, aber ist spät ey probably tue voll Bock drauf Und so mit Eier digger Also, was möchtest du, kleine Maus? Oder ich mach mir Spaghetti Spaghetti, Käsesauce Oh nee, Alter Oder doch Ja, ich hab doch Oh, das schmeckt bestimmt geil, wenn wir es wieder machen Oh Oh mein Gott Warte, sag bitte nicht, ist es abgelaufen Ich glaub aber nicht Nein, ich hab doch letztens gekauft Weißt du noch? Ja Oh ja, Magi, Digga Oh Scheiß auf McDonalds, Digga Oh, warte Ich mach mal Wasser Guck mal, Abstellraum Ja, Mann, Kiesauce, Digga Konium Ah ja Ah ja Was ist das denn, Mom? Wer hat hier so gebellt? Hast du gehört? So, ich dachte schon, Digga. Machst du Öl rein, bitte. Oh, diese Schließfächer, Digga. Oh, gleich. Ich mach das schon, wenn es kocht, aber. Hey. Kopf, Digga. Ja, egal. Wenn wir das jetzt einmal essen, glauben wir kriegen Bock. Magie haben wir genug, stimmt. Ich hab mir den ganzen noch gekauft, oder nicht? Wohl ich Spätze machen wollte. Wo Achida war, aber wir haben nicht gegessen. Hilf mir, Master Defa. Oha, wie viel soll ich denn machen? Boah. Erstmal Milchshake. Oh, yeah. Ja, Mann. Äh, nee, das ist von der Eigenmarke von Netto. Ah, okay. Oh. Ja, ich kenn weiß, welche mir ein. Müll und Milch hat auch einen, welche sind aber auch gut, eigentlich. Oh, yeah, oh, yeah. Ja, erzähl. Hey. Alter, alter! Bro, mein Makro hat mich grad... Ja, und wer sieht denn das? Wer sieht... Ja, geil. Geil. Da hat's irgendein Zivilist weggekriegt. Hä, wo? Der ist am Arsch der Welt. Ich kann grad nicht. Ah, hier, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hä? Alles gut. Hey, mein... Bro, ich hab einen Makro in meiner Ding. Maus, die fickt mich immer. Oh, Mann. Ja, Glück gehabt, Alter. Es wär jetzt richtig... Dumm gewesen, ey. Ich hab mich ja... Behindert, Digga, was soll ich sagen? Das ist der Nachteil bei Marcos, Digga. Digga, er fängt an, alle seine Granaten zu werfen. Nee, wieder... Kompl... Komplett verrückt. Das Ding... Hyperaktiv. Er braucht Stress. Er rastet komplett aus wegen den Schließfächern. Jungen, in echt würdest du die mit Liebe aufmachen? Mit Handkuss würde ich die aufmachen. Äh... Kuss, Digga. Ach, 500 Euro, Dunier, Kuss! Ja, wirklich so. Wenn ich wüsste, da ist Geld drin, Digga. Ich mach die mit Handkuss auf, die Dinge. Da war sowas von. Boah. Nur wie viel schließt er... Oh mein... Ich hab mich ja... ... Bruder, wir müssen echt diese Säge mal hinbekommen. Das ist echt unglaublich schwul. Tod ewig. Wir machen nebenbei Spaghetti auch. Alle. Hallöchen. Oh yeah, oh yeah. Ich ficke dieses Buch. Welcher Bastard tut ihr Buch rein am Gymnastik-Game? Welcher Bastard tut ihr irgendwelche Bilder rein von seinem Urlaub? Kek, Alter. Bist du fremdgehen? Ja, ja, ja. Verstecken im Schloss. Typisch Form. Der Bastard. Mann, irgendwelche... Er hat hier seine Geburtsurkunde drin, der Wichser. Lockert, oder was? Ah. Mhm. Geburtsurkunde, Digga. Ich würde nicht mal bei deiner Bank sowas safen, Digga. Wallah. Bin ich dumm, oder was? Digga, ich fahr zu seiner Adresse und fick den. Wallah sogar. Okay, wenn da sowas passiert, dann. Ich glaub, die Menschen kriegen alle ne fette Entschädigung. Ne richtig fette Entschädigung. Oh ja. Das greift sogar auf Privatsphäre, Alter. Boah. Wenn deine Bank ausgeraubt wird, wo du bist, dann kriegst du einen Haufen Geld. Ja, safe. Aufs Prinzip einfach irgendwie so ne Scheiße reintun. Aber wer macht das heutzutage noch? Bankraub ist ausgelutscht. Tatar. Sein Gold. Ne? Schwein ist Gold, der Le. Bin ja gespannt, ob irgendwann, wenn immer alles toll wird und toll wird, ob die Leute da wirklich anfangen zu rauben. Das stimmt auch wieder, damit mich nicht wundern. Glaub ich sogar wirklich. Glaub ich sogar wirklich. Wenn dir irgendwann nix mehr leisten kannst, Digga, musst du rauben gehen. Sag mal so, wenn jemand raubt, wegen Essen und Trinken, dann ganz ehrlich, verständlich. Ja, klar. Aber die meisten sollen schon rauben, ja, wegen Essen. Das ist ja das Traurige. Klingt dann, äh, mehr, mehr Knast als in Pädophiler. Hm. Deutschland-Gesetze sind so, wenn's um Geld geht, heftigste Strafe. Wenn's um Vergewaltigung geht, ist egal. Machst du drei Jahre. Schon wieder Geburtsurkunde. Digga. Ich fick deine Geburtsurkunde, Digga. Aber ich glaub, nach der Runde chill ich erst mal ne Runde. Wieder. Mhm. Ähm, safe. Ich werd auch langsam schwach, irgendwie. Ich glaub, zwei Stunden, dann bin ich weg im Kopf. Mhm. Siehst du bei dir aus? Ich bin voll dabei. Hier. Bleibst du komplett wach? Ja. Aha. Wo ist das, Def? Geldtasche. Da liegen Geldtaschen. Dig doch halt, machen Menschen denen das. Okay, ich hab gerade meinen Milchshack ausgeschüttet. Oh. Auf Hose? Ja. Ach. Muss mich gerade beherrschen, weil sonst geht's hier gleich richtig ab. Was jetzt? Auch noch neben, auch noch neben der Saturn so am Möner können. Oh nein. Shit. Hoffentlich sind die Produkte aus Amazon. Oh, fuck. Oh. Äh. Das Ding ist ja, dass das Schokolade ist, das ist richtig gottlos. Ja, sowieso, stimmt's ja. Ja, das ist vor ein paar Tagen bei mir genauso. Kaffee. Na. Mann. Das ist ein Dreck. Wem hast du, ähm, deine Tastatur, ne? Und wo hast du das? Keine Ahnung. Aber da wird schon nichts passieren. Weil, wenn du das von Amazon hast, ne? Äh, schick zurück. Und kauf dir, also, ähm, nicht kauf dir, sondern, ähm, Amazon, ähm, bestellt nochmal neue. Ach, alles gut. Gut, ich mach kurz Zauber. Sekunde. Ja. Was machst du jetzt mit dieser Farbe? Ja, alle. Pistole? Machst du leer wieder, geht das, kann man die Farbe noch nutzen, das ist viel Wasser. Aber, das kann man eigentlich, ne? Die kannst du auch mit Blau mischen, typisch. Ach, das wollen wir ja klar. Aber da ist so ein Wasser drin, das, ey. Egal, das ist... Bei der besten, weil... Schon viel, das ist viel Farbe. Aber das ist viel, das ist viel, das ist viel, das ist viel. Für sich, egal. Okay. Okay. Oh. ...25...25...25,99 Schlenken. I know, I know. Ganze Spaghetti rein, ja? Ja, safe. Die Leute, die gerade die Aufnahme-Kur kennen, fickt eure Mütter. Die Leute, die sind... Mann, Mann, Mann. Bohnen gewischt, oder Bohnen gesaugt, oder was? Nee, da war ja nicht viel, der Großherr war eh am Tisch. Ach so. Ich wohne noch nicht, bin dort neben mir Ah, schweiz Wir nehmen bei am A Spaghetti machen Wir nehmen bei am A und am U und am E Super Superkid, Bubapitz Bubapitz Liptop Oh nein Liptop Liptop Ich weiß, irgendwann kommt ein eigener Song zu Liptop Wir müssen Emler damit nerven Liptop Liptop, Liptop Schöne die Spaghetti sind, Jaro Oh yeah, oh yeah Wer gerade diese Aufnahme guckt, schreibt mal in die Kommentare, ich schwöre, du bist geistig zurückgeblieben Allah Wenn du diese Aufnahme guckst, du bist komplett hängen geblieben, ich schwöre bei Gott Geh dich ins Knie ficken, du Zuschauer Oh yeah So weiter geht's So weiter geht's F, F, F Er spielt, Digga, aber nein, der eine sagt, der braucht keine Ahnung, der eine sagt, der muss ausmachen, der eine sagt, kann man Armenauim, 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 Räumdäum Deine kauft sich das, aber spielt dann nicht Arda? Emre Hat er das? Arda hat das, ja, aber der hat zu tun Perfekt, geil Wenn du das siehst, du keck Fick dich, du albanischer Arsch, Ficker Perfekt, geil Wenn er das Video bis hin geschaut hat, ist ja echt ein Lapp Perfekt, geil Arda, Digga So, Digga, jetzt geht's ab In den Videos kann man ja entziffern, hinter welchen Rücken wir labern Habe ich recht, ihr dummen Hohen, so eine Fickdäure Mütter Mit A und O Das ist halt das Problem bei Marvin, weil wenn er sich das Video aus Langeweile anschaut, das ist halt das Problem, dass wir ihn halt ausnutzen So, Digga, jetzt geht's ab Boah, Junge, wie sieht's aus Alter Machst du aus, ja, Dev Wir machen ja alle Mittlerweile schon, ja Ja, klar, das dauert halt zu lang Alter, diese scheiß Postgarten, ne? Diese Drecks Postgarten Ja, hier, Geburtsurkunde, Digga, was Geburtsurkunde? Fick deine Geburtsurkunde Was, was für Geburtsurkunde? Oh, Müll, Alter, da ist einfach Müll drinne, Digga Digga, die mit ihren Postkarten, Münzsammlungen, alles Was, äh, wie heißt das, äh, Dokumente Das können nur Almanisern, Digga Wo sind die Geldtaschen, Alter, wo? Was geht ab alle, was geht ab alle, was geht ab alle Alter, äh, Amunakutemun Geburtsurkunde LAPTOP Einfach, wir machen auf, auf einmal ist dein Laptop drin Der Albtraum bewahrheitet sich Ja, Mann Ich versteh nicht warum, aber warum hab ich heute, heute, das immer das Ich hab die, ich hab geträumt, immer dreimal dasselbe, fünfmal selber, das hintereinander Das selbe Was ist denn, Laptop? Nein Hast du ein Laptop gedacht? Nein, nein Dass ich von meinem PC den Netzteil austausche Warum träumst du sowas? Keine Ahnung, weil ich das unbedingt machen will Aber ich hab keinen Bock Er träumt von Netzteil Ich schwöre, was ist Ich schwöre, mein Gott, ich krieg keine Albträume, ich krieg Benate-Träume Ich guck mir an, und dann hab ich den gewechselt, und dann guck ich, wie der Lüfter sich dreht von meinem Netz Warum? Warum? Ja, Digga, ich fick diese Münzen nur mit diesem Kondom oder was das ist Ja, nennst du Ihhh, ja Ein Euro Münzen Deine Oos Deine Oos Deine Oos ist nass, kommt zu mir Wir gehen raus, Alter, guck mal, 45 Minuten Ist das scheißegal Ja, wir sind alles fast fertig Ja, wir sind alles fast fertig Ey, wenn wir schon alles durchgem- Wir kriegen dann mehr, weiss Ich hoffe ja noch auf ne Geldtasche Ich hoffe ja noch auf ne Geldtasche Nur, ich krieg hier nur Müll Ja, same Nur Schrott Oh, Kartenbilder, fick mal deine Bilder, du Schwanz Was? Was für Bilder, Digga Hat der kein Schaus, oder was? Digga, einfach Buch Er hat einfach Bibelhiff Digga, die Die Leute zahlen für sowas monatlich 50 Euro oder so Irgendwann in der Bibelhiff rein Lipptab Oh So, Digga, jetzt geht's ab Ähm, da mal? Ja, bitte Hast du, äh, ein Fan der, zu Hause? Nein Echt? Wofür, warum mach ich gar nicht? Da läuft doch nur Müll Ja, ist doch so So, wenn ich geile Sachen will, äh, sehen will, gibt's Internet für Und ne scheiß Konsole bauen wir jetzt da gar nicht mehr Also wer die Konsole kauft, der ist sowieso Dachschaden, Digga Digga, mach Hast du, äh, Netflix? Nee Ich schau YouTube Ah, okay Ist auch gut Gibt's meistens das, was ich sehen will, das reicht Ja Danke Es gibt ja irgendwie immer so Seiden Seiden Seiden, sie für 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 Ja, weil wir nicht, weil wir nicht geholfen haben von vorne, deswegen Dauert das so lang, weil ich grad noch meinen dreckigen Milchshake, ich fick diesen Milchshake Jetzt hab ich kurz vor Ende abgebrochen, ich bin dumm Ja man, wir müssen das andere echt lernen, man Ich muss erst mal gucken Das wär jetzt so perfekt gewesen Das wär jetzt so perfekt gewesen Digga, die sagt so Leute, äh, Sachen, die ein Geringverdiener nicht hat, ein Pool Was Pool? Fick dein Pool Das ist doch, äh, Schwimmbad, oder? Schwimmbad? Nee, das ist, äh, das ist das, was du selber zu Hause hast, so Cool? Ja, also dein, du hast so ein eigenes kleines Schwimmbecken zu Hause Also im Garten, im Garten Ja, das meinte ich, ja Oh je Ja, ich hab zwei Mal Fotos gekriegt Oh Gott Ich, Digga, ich schwester Ich werde euch alle, ich werde euch alle finden Ich werde euch alle finden und auseinandernehmen, ich schwester Die dreckigen Fotospastis Stevie Oh, Spastis Und gold-bahn Den nehme ich mit Ein Ein-Barrem aus Gold, den nehme ich immer mit Oh, M容 O-I, 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 O-I O-I, 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 O-I Du kannst anfangen!! Und so war Ihr sind eh bald fertig, glaube ich, ne? Hab ihr das doch nicht bestellt? Nein, Mann Wir haben nicht mal Geld, wir bestellen uns ein B-Nat eigentlich. Bei Paypal schon Minus. Sonst hätte ich Achi ein Euro gegeben, aber... Seidensicher! 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 No joke, aber der hat doch Geld. Der Achi ist... Ach, das ist süß. Goldbahn, jawoll, ungefähr. Ja, das Problem ist halt bei Achi, dass er so ist. So, bei Achi, Digga, ist so... Wenn ihr die Aufnahmen seht, könnt ihr meinen Arsch lecken. So, Digga, jetzt geht's ab. Hab' ihr recht, Achi? Hab' ihr recht? Was ist das für mich? Der Bastard. Geht nicht. Digga, ich fick deine... Ich fick deine Münz-Sammlung. Ich hab' ja... Ich hab' Ali... Ah! Ali... Oh! Ey! Eee! Ah, mein Nacko, du Buh! Ey! Nee, Alter! Ein Buch, Digga! Oder wenn du... Buh! Ich rast aus! Drecks! Wie heißt der Müll? Schließfächer? Ah, meine Ohrenjucken! Ah! Ah! Meine Ohrenjucken! Ah! 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 Meine Ohrenjucken, Digga! Ah! So, Digga! Jetzt geht's ab! Ali! Ali! Ja, bitte! Ja, bitte! Krieg ich mit dem Imbrill! Na, nee, ich sorg's lieber nicht! Hm! Gute... Nicht auf Aufnahme! Super, Marvin! Super, Kid! Wenn dann laber über Marvin, der jucken ich eh nicht! Kann mit dem Blasen! Marvin! Über Archi brauchen wir gar nicht zu diskutieren! Hahaha! Hahaha! So, Digga! Jetzt geht's ab! Laptop! 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 Sind wir jetzt mal fertig hier? So, Archi, wenn du jetzt... Pfff! Das war alles nur ein Test, Archi! Wenn du das bis jetzt gesehen hast, wir haben dich verarscht! Sind wir fertig? Ja, wir sind fertig! Raus hier! Ehrlich? Na, nix! Raus hier! Raus ausm Haus! Das Geld hätte ich ihm gegeben! Vielleicht wollte er Pede holen! Aber... Was soll ich machen? Paidei! Come on! Man! It's... Reicht erst! Reicht erst! Reicht jetzt erst mal! Zinkerleee! Uuuu! Haben wir noch Taschen? Ne! Wir sind fertig! Uuuu! Oh mein Goooo! Vielleicht... Vielleicht... Das gibt's leider kein Geld! Oha! 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 Ooooooo! Freders hat sich doch gelohnt! Nehmen wir Mitte... Mitte oder... Keine Ahnung... Ich hab Ali A genommen! Ali... Ali A! Komm, gib mir Geld, du Schwanz! Jaaa! Noch mehr Geld! Oh mein Gott... Kennste Ali A!